jo leute und herzlich willkommen zu einem naja ich nenne es mal kleinem video wir können auch alle schon vorläufig im hintergrund sehen wir sind jetzt gerade in meinem zimmer dass sie es wieder mal unaufgeräumt ist halt immer typisch ist eigentlich nicht so arg und ja ich werde mal kurz die kamera anders nehmen dass es so besser ist so vielleicht hört er mich jetzt ein bisschen besser und ich wollte nur so ein kleines frage video machen zu euch ob ihr vielleicht bock verkettet sachen vom wwe zu machen also neben pokemon neben zukünftigen rocks also lauter neben solchen sachen halt und jetzt wollte ich euch halt fragen weil ich ziemlich ein wwe fan bin das könnt ihr vielleicht hier auch schon sehen ist richtig nice oder hier meine ganzen figuren hier meine figuren das ist hier so ein kleiner ring attire sage ich mal und die sind halt noch ein paar original verpackte und wenn ihr die mal reviewt haben wollt lasst auf jeden fall ein like da kommentiert mir was was genau ich über die wwe machen soll wenn überhaupt und ja lasst es mich wissen weil wir gehen schon langsam die ideen aus und wir haben ja auch bald die 30 abos erreicht was natürlich übelst klasse ist ich habe voran 30 aber sprechen zu machen und ich weiß aber noch nicht was vielleicht dass wir pranks drehen oder so weiß also ich habe da noch einen geilen pranken habe ich vom letzten mal von meinem freund noch in gedanken gehabt sage ich mal und ja also der wäre auf jeden fall richtig nice also bitte abonniert noch mal dann hätten wir endlich die 30 abonnenten erreicht wäre auf jeden fall fresh wenn ihr was von wwe sehen wollt lasst es mich wissen und ja ich würde sagen das war's mit dem video bis zum nächsten mal ciao